Heute schauen wir uns wieder verschiedene Webseiten und Möglichkeiten an, mit denen du online im Internet Geld verdienen kannst, mit denen du teilweise auch 100 bis 200 Euro am Tag verdienen kannst. Da könnte auch heute wieder die ein oder andere spannende Webseite für dich dabei sein. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß mit dem Video und let's go! Die erste Webseite, die wir uns heute ansehen werden, ist die Webseite Rentino Rio. Und das Ganze ist eine Webseite, wo ihr alles Mögliche vermieten könnt und darüber dann passiv Geld verdienen könnt. Wenn ihr hier als Vermieter loslegen wollt, dann könnt ihr euch hier unten registrieren. Das Ganze ist komplett kostenlos. Allerdings gibt es, wenn ihr hier was vermietet, eine Provision in Höhe von 5,95%. Das nimmt sich die Webseite bei einer erfolgreichen Vermietung. Das ist wichtig zu wissen, aber ansonsten ist das Ganze kostenlos. Und wie gesagt, wenn ihr hier loslegen wollt als Vermieter, dann könnt ihr euch hier registrieren. Vermieten könnt ihr hier dann in vielen verschiedenen Kategorien. In Ferrari, Wohnmobile, Wohnwagen, Mietwagen, Jaguar, Actionsport, Porsche, Oldtimer und vieles, vieles mehr. Also vermieten könnt ihr hier in einigen Kategorien. Und ihr könnt natürlich auch, ich habe jetzt hier die österreichische Version, aber oben rechts könnt ihr natürlich auch Deutschland oder die Schweiz wählen. Und dann habt ihr eben hier die Möglichkeit, bei Rentino Rio als Vermieter loszulegen und übervermieten. Könnt ihr dann natürlich, je nachdem was ihr vermietet, auch 100 bis 200 Euro am Tag passiv verdienen. Und vielleicht ist das Ganze ja für den einen oder anderen ganz interessant. Finde ich persönlich eine coole Webseite. Ich finde vermieten ist eine coole Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dementsprechend vielleicht Rentino Rio für den einen oder anderen ganz interessant. Dann haben wir die Webseite LinkedIn. Und bei dieser Webseite hast du die Möglichkeit, viele verschiedene Jobs zu finden. Zum Beispiel jetzt in der Nähe von Wien suchen wir einfach mal danach. Dann findest du hier eben viele verschiedene Jobs. Jetzt eben wie gesagt im Bereich von Wien und Umgebung. Und du hast dann eben hier die Möglichkeit, dir Jobs im passenden Bereich für dich rauszusuchen. Dich dann eben dafür zu bewerben. Und damit etwas Glück wirst du dann eben angenommen und kannst dann eben diesen Job erledigen. Du hast ja auch die Möglichkeit, Jobs zu finden, wo du im Homeoffice arbeiten kannst, wo du von zu Hause arbeiten kannst, wo du auch ortsunabhängig arbeiten kannst teilweise. Das heißt, auch da findest du Jobs in den Bereichen. Und wie gesagt, wichtig ist, du musst dich dann eben nur bei diesen ganzen Jobs bewerben. Bedeutet, du solltest einen ordentlichen Lebenslauf und so weiter haben. Je nachdem ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und eben auch das Ganze sind deutschsprachige Jobs. Das heißt, du musst auch kein Englisch können und so weiter. Das ist natürlich auch sehr positiv vielleicht für den einen oder anderen. Und wie gesagt, je nachdem, was du möchtest, kannst du vor Ort arbeiten oder dann im Homeoffice arbeiten. Auch da kannst du, wie gesagt, hier oben zum Beispiel dann eben filtern. Nach eben zum Beispiel Remote, dass sie dann eben da entsprechend passende Jobs angezeigt werden. Es gibt aber, wie du auch hier gerade sehen kannst, auch Jobs im englischen Bereich. Aber wie gesagt, es gibt auch wirklich sehr, sehr viele auf Deutsch. Aber wie gesagt, vereinzelt gibt es definitiv auch Jobs, die teilweise auch auf Englisch sind. Und eben wie gesagt, wenn du Bock hast und auf der Suche bist nach Jobs, kann man LinkedIn auf jeden Fall mal abchecken. Auch da kannst du natürlich Jobs finden, je nach Kategorie, wo du unterwegs bist, wo du auch 100 bis 200 Euro am Tag verdienen kannst. Aber eben kommt dann eben darauf an, wo du arbeitest, in welcher Kategorie du arbeitest, wie viel du arbeitest. Aber allgemein ist das bei LinkedIn auch auf jeden Fall möglich. Und auch die Webseite finde ich richtig, richtig gut. Auch da kann man einige Jobs finden und könnte dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein. Alleine in Wien findet ihr über 12.000 Jobs, also vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. LinkedIn, checkt die Webseite gerne mal ab. Dann haben wir die Webseite Erste Kinderbetreuung. Und bei dieser Webseite habt ihr die Möglichkeit, mit Kinderbetreuung, also mit Babysitten und so weiter, Geld zu verdienen. Und das teilweise auch gar nicht so schlecht, das schauen wir uns gleich an. Und ihr könnt dann eben hier oben auf Kinderbetreuung gehen und dann eben hier auf Aufträge finden. Und dann werdet ihr da dann eben Aufträge in eurer Nähe finden, wo ihr dann eben mit Kinderbetreuung, mit Babysitten Geld verdienen könnt. Und dann eben teilweise, wie gesagt, auch gar nicht so wenig. Denn zum Beispiel bei diesen Aufträgen könnt ihr 12 bis 25 Euro pro Stunde verdienen, was meiner Meinung nach kein schlechter Schonlohn ist. Und vielleicht könnte es ja bei dem einen oder anderen dieser Verdienst das Interesse so ein wenig kitzeln und wecken. Und könnte dementsprechend vielleicht ganz interessant sein. Mir persönlich gefällt die Webseite Erste Kinderbetreuung echt gut, weil das Ganze eben auf Deutsch ist, weil ihr eben Aufträge in eurer Nähe finden könnt und eben das Ganze ist eine relativ einfache Möglichkeit, wie ihr Geld verdienen könnt. Und das eben teilweise auch bis zu 25 Euro pro Stunde, also gar nicht mal so wenig. Deswegen, ich finde sowohl die Möglichkeit ganz cool, als auch die Webseite ganz cool. Und deswegen meiner Meinung nach kann man das auf jeden Fall mal abchecken. Dann haben die Webseite SoFancy und bei dieser Webseite habt ihr die Möglichkeit, Fonds zu verkaufen. Das bedeutet, ihr könnt hier quasi Schriftarten verkaufen und darüber könnt ihr dann hier Geld verdienen. Wenn ihr hier loslegen wollt, dann geht ihr bis ganz nach unten und dann findet ihr hier OpenerShop. Da klickt ihr dann drauf und dann könnt ihr euch hier registrieren. Das Ganze dauert dann bis zu sieben Tage, bis das Ganze überprüft wurde. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, hier Fonds zu verkaufen. Natürlich werdet ihr hier nicht von heute auf morgen direkt viel Geld verdienen. Ihr müsst euch das Ganze erstmal ein bisschen aufbauen. Das kann Monate dauern, bis ihr da ein paar Euros verdienen werdet. Aber theoretisch auf jeden Fall finde ich es persönlich eine coole Möglichkeit, mit denen man eben immer wieder passiv Geld verdienen kann. Aber eben wie gesagt, dauert es seine Zeit. Auch Marketing oder so kann natürlich hilfreich sein. Und eben wenn ihr Bock habt und mit Schriftarten Geld verdienen wollt, dann könnt ihr die Webseite SoFancy auf jeden Fall mal abchecken. Dann haben wir die Webseite Clear Voice und hier habt ihr die Möglichkeit, als Freelancer Geld zu verdienen im Bereich Writing, Editor, Designer und vieles, vieles mehr. Da könnt ihr hier starten, hier Geld verdienen. Das Ganze ist auf Englisch, das heißt ihr solltet Englisch können. Ihr solltet hier einen englischen Lebenslauf haben und so weiter. Ihr könnt hier den Preis selbst festlegen bei der Webseite. Ihr könnt hier das Ganze über Paypal ausbezahlen. Habt ihr die Möglichkeit eben zu vielen Jobs in unterschiedlichen Bereichen als Freelancer und könnt dann eben hier sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ihr seht hier so ein paar Kategorien, in denen ihr hier als Freelancer starten könnt. Von Ghostwriter zu Videoeditor, Writer, Graphic Designer, Technical Writer, Copyeditor und vieles, vieles mehr. Also ihr habt hier die Möglichkeit, in ganz unterschiedlichen Bereichen Geld zu verdienen. Es gibt hier auf der Webseite auch eine FAQ, wo ihr nochmal das eine oder andere finden könnt, die eine oder andere Information. Und ich persönlich finde Clear Voice eine echt coole Möglichkeit, als Freelancer Geld zu verdienen. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Ist eine Fiber Company für die Leute, die es interessiert. Und könnt ihr natürlich auch gerne mal abchecken, wenn ihr eben als Freelancer Geld verdienen wollt. Die Freelancer arbeiten zum Beispiel mit Unternehmen wie Intel zusammen, also ganz große Marken. Also könnt ihr vielleicht ganz interessant sein. Dann haben die Webseite sein Folio und hier habt ihr die Möglichkeit, Fotos online zu verkaufen mit eurem eigenen Custom Store. Denn das Ganze ist eine All-in-One-Webseite mit Marketing-Tools und so weiter, wo ihr eben die Möglichkeit habt, eine Webseite zu gestalten, einen Online-Store zu gestalten. Und über den könnt ihr dann eben Fotos verkaufen und darüber dann Geld verdienen. Ihr könnt natürlich den Preis selbst festlegen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fotos digital anzubieten. Aber ihr könnt natürlich auch verschiedene Prints verkaufen, Wall-Art, Metal-Prints und so weiter. Auch das ist natürlich möglich. Und ihr habt dann eben hier, wie schon gesagt, verschiedene Analytic-Tools, Marketing-Tools und so weiter. Es gibt eine Verqueue auf der Webseite. Und ihr habt hier eben eine All-in-One-Webseite, wo ihr dann eben die Möglichkeit habt, Fotos zu verkaufen. Was eben vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte, wenn er das Ganze über seinen eigenen Shop machen möchte. Allerdings wichtig zu wissen, das Ganze kostet was. Das bedeutet, ihr benötigt einen Abo-Plan, wenn ihr hier was verkaufen wollt. Das heißt, ihr bis zu 15 Euro pro Monat müsst ihr dann bezahlen. Beziehungsweise bis zu 30 Euro pro Monat. Je nachdem, welches Abo-Modell ihr wählt. Aber damit habt ihr dann eben die Möglichkeit, eure Fotos zu verkaufen. Komplett mit allem, was dazugehört. Und eben das vielleicht wichtig zu wissen, wenn ihr eben mit Symbolio einen Online-Shop eröffnen wollt. Dann ist es eben wichtig zu wissen, dass das Ganze natürlich auch was kostet. Aber wie gesagt, das Ganze ist eine All-in-One-Webseite, wo ihr dann eben Fotos online verkaufen könnt. Und euch darüber ein Business aufbauen könnt. Aber natürlich auch hier wahrscheinlich werdet ihr zu Beginn nicht reich werden. Marketing und so weiter sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend vielleicht auch Symbolio. Könnte vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein. Dann haben wir die Webseite Woop mal. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Werkzeug und Baumaschinen zu vermieten. Und darüber könnt ihr dann Geld verdienen. Denn genau dafür steht WUB, Werkzeug und Baumaschinen. Von dem Ganzen gibt es eine App. Darüber könnt ihr das Ganze vermieten. Und ich persönlich finde das eigentlich eine ganz coole Möglichkeit. Weil bei mir zu Hause zum Beispiel, ich brauche das Werkzeug vielleicht einmal im Jahr gefühlt. Das heißt, für den Rest vom Jahr könnte ich das ganze Werkzeug vermieten. Und darüber dann ein paar Euros verdienen. Und deswegen finde ich das persönlich eine ganz coole Möglichkeit. Wenn man eben ein bisschen was an Werkzeug zu Hause hat, dann kann man das natürlich dann immer mal wieder vermieten. Und so Geld verdienen. Finde ich persönlich ganz cool. Finde ich eine coole Webseite. Ihr seht hier auf der Webseite auch die Preislisten. Und wie gesagt, finde ich das eigentlich ganz cool. Und wenn ihr Bock habt, Werkzeug und Baumaschinen zu vermieten, dann solltet ihr die Webseite bzw. die App auf jeden Fall mal abchecken. Finde ich eine coole Idee. Damit kann man dann natürlich auch den ein oder anderen Euro verdienen. Und könnt ihr gerne mal abchecken. Dann haben wir die Webseite Flat Icon. Und bei dieser Webseite hast du die Möglichkeit, Icons zu verkaufen. Das bedeutet, du erstellst Icons, lädst sie hier hoch und kannst dann eben immer wieder pro Download Geld verdienen. Es gibt Leute, die haben damit ein eigenes Business, was nur daraus besteht, Icons zu verkaufen. Das heißt, du kannst damit teilweise auch gar nicht so wenig verdienen. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dir über Fiverr oder ähnliche Webseiten, die einen Freelancer zu suchen, der für dich Icons erstellt. Wenn du das Ganze selbst nicht kannst, den musst du dann natürlich bezahlen. Aber das wäre dann natürlich zum Beispiel eine Möglichkeit. Und eben kannst du so Passivgeld verdienen über Monate, über Jahre, wenn du das hier einmal hochgeladen hast, die Icons. Und ich persönlich finde das Ganze ist eine sehr coole Webseite. Ich finde Icons sind eine coole Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und natürlich könnt ihr die Webseite gerne mal abchecken. Aber eben wahrscheinlich vor allem zu Beginn werdet ihr damit jetzt nicht reich werden. Das solltet euch natürlich bewusst sein. Das kann ein paar Monate dauern, bis ihr da den einen oder anderen Euro verdienen werdet. Aber vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Wenn ihr Lust habt und mit Icons Geld verdienen wollt, dann checkt die Webseite Flat Icon auf jeden Fall mal ab. Das waren dann auch schon die Webseiten im heutigen Video, mit denen du online im Internet Geld verdienen kannst. Da waren ganz unterschiedliche Möglichkeiten dabei. Fonds, Kinderbetreuung, Jobs, Vermieten. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Vielleicht war da die ein oder andere spannende Webseite auch für dich dabei, mit denen du eben teilweise 100 bis 200 Euro am Tag verdienen kannst. Wenn es dir auf jeden Fall gefallen hat, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da, würde mich freuen. Aktuell kommen so drei bis sechs Videos pro Woche, ein bis vier Shorts pro Woche. Alles rund um das Thema online im Internet Geld verdienen. Und wenn du das eben nicht verpassen möchtest, dann lass wie gesagt gerne ein Abo da. Ansonsten vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Du kannst jetzt natürlich gerne das letzte Video abchecken oder die Playlist. Und ich hoffe, wir sehen uns entweder da oder in einem der anderen Videos wieder. Bis zum nächsten Mal.